Lage für Pressefreiheit weltweit verschlechtert. Das teilte die Organisation Reporter ohne Grenzen mit. Demnach ist die Situation für Journalisten in 36 Ländern besonders besorgniserregend, darunter Afghanistan, Syrien und Eritrea. Die Rangliste führt Norwegen an, Deutschland liegt auf Platz 10. Aufräumarbeiten nach Unwettern. Starkregen und Hagel haben gestern in Teilen Deutschlands für große Schäden gesorgt. Straßen und Keller wurden überflutet, es kam zu Verkehrsbehinderungen. In Bayern kam ein Mensch ums Leben durch einen Stromschlag. Die Feuerwehr rückte zu zahlreichen Einsätzen aus. Große Rauchwolke zieht über Berlin. Seit dem Vormittag brennt die Halle eines Metallwerks im Stadtteil Lichterfelde. Nach Angaben der Feuerwehr lagern dort Gefahrstoffe. Die Bevölkerung ist aufgerufen, Fenster zu schließen und Klimaanlagen abzustellen. Die Löscharbeiten dauerten auch am Abend noch an. Raketenflug mit Kerzenwachs. Im australischen Cuniba hat ein deutsches Unternehmen eine neuartige Raketentechnik getestet. Erstmals kam als Treibstoff Paraffin zum Einsatz, der Grundstoff für Kerzenwachs. In weiteren Tests soll die Rakete die Erdatmosphäre verlassen, wie das Start-up aus Heilbronn mitteilte. Das Wetter. Morgen mehr Wolken als Sonne. Anfangs im Osten örtlich etwas Regen. Im Tagesverlauf dann auch sonst stellenweise Schauer und vereinzelte Gewitter. Höchstwerte 14 bis 23 Grad. auf außerdem eine Saysbackkarte technology- aus WIN-AAAAAAAAAAH Vor 29